Im Studio begrüße ich jetzt aber den Ökonomen vom Momentum-Institut, Institut, pardon, Jakob Sturhn. Vielen Dank für Ihre Zeit. Mit Ihnen würde ich nämlich gerne die Forderungen des Gewerkschaftsbundes und die Teuerung an sich besprechen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke für die Einladung. Herr Sturhn, jetzt gibt es heute diese Demonstration gegen die Teuerung des ÖGB. Die Teuerung, so unter Anführungszeichen, ist ja auch keine Person, da werden die Demonstrationen relativ egal sein, aber die Gewerkschaft hat natürlich auch Forderungen im Gepäck, beispielsweise die Mehrwertsteuer soll runter, damit quasi für alle der Einkauf etwas günstiger wird. Ihre Einschätzung, ein guter Vorschlag? Die Frage bei der Mehrwertsteuer ist, ob sie tatsächlich weitergegeben wird. Also wenn ich eine Mehrwertsteuer senke, heißt das nicht unbedingt, dass diese Prozent, die ich die Mehrwertsteuer gesenkt habe, auch tatsächlich bei den Konsumentinnen und Konsumenten ankommt. Insbesondere wenn wir in den Lebensmittelhandel denken, dann ist da in Österreich eine sehr konzentrierte Marktmacht der Lebensmittelhändler vorhanden. Da ist es nicht unbedingt gegeben, dass wenn ich die Lebensmittelpreise um 10%, also die Mehrwertsteuer um 10% senke, gleichzeitig die Preise um 10% senken. Würden Sie das tun, wäre das durchaus eine Maßnahme. Lassen Sie uns das kurz, damit die Zuschauer vielleicht ein Bild haben, konkretisieren, wir haben 10% Mehrwertsteuer. Jetzt sagen wir, die Benane kostet mit diesen 10% einen Euro. Jetzt fällt die Mehrwertsteuer weg. Dann sagt der Händler, na gut, dann erhöhe ich halt den Preis auf einen Euro und für den Kunden bleibt es gleich, aber der Händler hat mehr Gewinn. Verstehe ich Sie richtig? Das ist die Gefahr bei der Mehrwertsteuersenkung, dass sozusagen die Steuersenkung nicht bei den Konsumentinnen und Konsumenten ankommt, sondern bei den Unternehmen und Unternehmerinnen oder irgendwo dazwischen. Sollte sie funktionieren, wäre das aber tatsächlich eine Maßnahme, die man andenken könnte. Wir haben uns das am Institut auch angeschaut. Eine Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel würde im untersten Haushalt, im untersten Einkommensfünftel ungefähr 50 Euro pro Jahr pro Kopf bringen. Das ist jetzt nicht sehr viel, aber immerhin etwas. Sie haben gesagt, wenn der Händler, also wenn sie funktionieren würde, was muss denn getan werden, damit sie funktioniert? Kann der Gesetzgeber es unterbieten, dass die Kosten weitergegeben werden? Oder wie müssen wir uns das vorstellen? Also grundsätzlich ist das sehr schwer. Also da wirken Kräfte von Angebot und Nachfrage, die nicht ganz so leicht sind zu bändigen. Natürlich kann der Staat schon auch eingreifen. In anderen Fällen muss auch eingreifen, wenn wir auf Energiepreise denken. Ob das bei den Lebensmittelpreisen der Fall sein muss, bezweifle ich. Dann kommen wir gleich zu dem Punkt, den Sie angesprochen haben, nämlich zu den Energiepreisen, wo der Staat jetzt eingreifen muss. Wir haben jetzt diese Strompreisbremse. Da gibt es von der Opposition beispielsweise, von der SPÖ die Kritik, dass das Gas hier nicht inbegriffen wäre. Die Parteichefin Pamela Rendi-Wagner hat auch jetzt mehrfach einen Gaspreisdeckel angesprochen und eingefordert. Ist das eine Maßnahme, die tatsächlich zu einer Reduktion führen könnte, Herr Kosten? Also in der gesamten Teuerungsdebatte müssen wir einmal vorwegsetzen, dass jene Haushälte, die ohnehin wenig Geld haben, aktuell unter dieser Teuerung am meisten leiden. Also im untersten Einkommenszehntel muss aktuell mehr als ein Monatseinkommen ausgegeben werden, um die aktuelle Teuerung zu bestreiten. Im obersten Einkommenszehntel ist es nur die Hälfte des Monatseinkommens. Das heißt auch im Umkehrschluss, Gegenmaßnahmen gegen diese Teuerung müssen vor allem jene Einkommen entlasten, die am unteren Ende der Einkommensverteilung stehen. Beim Strompreisdeckel ist das teilweise gegeben. Der Strompreisdeckel ist an sich eine gute Maßnahme, weil er erstmals dazu beiträgt, dass Preise wirklich direkt sinken. Also der hat einen direkten Einfluss auf den Preis und die Preise sinken dadurch tatsächlich. Die zwei Dinge, die man allerdings verbessern könnte, ist einerseits die soziale Staffelung, sprich wir unterstützen quer durch die Bank alle Personen. Wir unterstützen einerseits die Personen, die eh jeden Cent zweimal umdrehen muss, aber wahrscheinlich deshalb ohnehin schon Energiesparweltmeisterin ist, weil sie sich eh jeden Tag überlegen muss, gebe ich das Geld für Heizen oder für Kochen aus. Wir subventionieren mit diesem Preisdeckel allerdings auch jene Menschen, die sich den Zweitwohnsitz im Waldviertel ihr Pool heizen müssen. Das ist nicht sonderlich sozial treffsicher. Und die andere Frage ist, wie finanzieren wir das gegen bei diesem Strompreisdeckel? Aktuell finanzieren wir das mit Steuergeld gegen und dieses Steuergeld stammt, acht von zehn Steuereuros stammen aus Arbeit und Konsum. Das heißt, im Endeffekt zahlen sich vor allem Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihren Strompreisdeckel selbst. Schlauer wäre es hier, jene Krisengewinner zu besteuern, die unter dieser aktuellen Krise am meisten bekommen. Das wäre eine Übergewinnsteuer. Dann lassen Sie uns gleich über diese Übergewinnsteuer sprechen. Die Europäische Union, also die Europäische Kommission, in Form von Ursula von der Leyen hat ja bereits angekündigt, man will diese Übergewinne jetzt auf europäischer Ebene abschöpfen und den Kundinnen und Kunden zurückgeben. Eine Forderung, die die Bundesregierung immer abgelehnt hat in Österreich, das würde zu wenig bringen. Wie kann das tatsächlich klappen am Ende des Tages? Ein Gegenargument ist immer, dass der Aufwand dafür den Kosten, also den Gewinn, den man dadurch rausholen würde, de facto aufwiegeln würde. Ich würde gar nicht sagen, dass die Regierung sich dagegen so gewehrt hat. Also sowohl von Kanzler als auch von Vizekanzler habe ich da schon gehört, dass es in diese Richtung gehen könnte. Wenn wir in andere Länder schauen, in der Europäischen Union, dann machen die das bereits. Also da scheint das Argument, dass das zu viel Aufwand sei, kein Gegenargument zu sein. Denken wir an Spanien, denken wir an Italien, denken wir an Griechenland, sogar Großbritannien, das ein sehr neoliberales Land ist, hat mittlerweile eine Übergewinnsteuer auf Energiekonzerne. Also da ist es in Österreich eigentlich, gibt es da keinen validen Gegengrund, das nicht zu tun. Aber trotzdem interessant wurde, dass die Europäische Kommission dann am Ende des Tages die Bundesregierung zu etwas auffordern wird, was die Bundesregierung eigentlich nicht wollte. Karl Nehmer hat beispielsweise immer gesagt, er sieht ja kein Konzept, wie das klappen könnte. In meiner Rede war sogar Karl Nehammer derjenige, der dieses Thema als erstes zum Thema gemacht hat, dann aber zurückgeholtet ist. Ja, also ich kann jetzt die politischen Vorkommnisse, die dahinterstehen, nicht beurteilen. Dazu bin ich nicht in der Mysterie. Aus ökonomischer Perspektive ist eine Übergewinnsteuer schon ein sinnvolles Instrument, weil was ist die aktuelle Lage? Wir haben auf der einen Seite Leute, die wie gesagt jeden Cent dreimal umdrehen müssen, weil ihre Heizkosten so massiv steigen, weil ihre Stromkosten so massiv steigen. Und auf der anderen Seite haben wir Unternehmen, der OMV, der Verbund in Österreich, die Milliarden Übergewinne schreiben. Alleine in diesem Jahr schätzen wir die Übergewinne von Verbund und OMV auf bis zu 5,5 Milliarden Euro. Dieses Ungleichgewicht zwischen dieser Person, die sich jeden Tag dazu entscheiden muss, heize ich oder koche ich, und jenen Unternehmen, die nicht nur wissen, wohin mit dem ganzen Geld, dieses Ungleichgewicht müssen wir ausgleichen. Aber wie soll das genau aussehen? Wir heben jetzt diese Steuer ein und wie funktioniert die weitere Verteilung dadurch? Naja, wenn wir diese Steuer einheben und dadurch einen Strompresteck zum Beispiel finanzieren, dann haben wir diese Umverteilung schon automatisch gegeben. Also das wäre eine sinnvolle Maßnahme, dieses Geld von Konzernen abzuschöpfen, von jenen Konzernen, die unter dieser Krise so massive Profite machen, und somit einen Strompreisdeckel zu finanzieren, der den Menschen und der Bevölkerung aktiv hilft. Aber ist das nicht irgendwie, der Strompreisdeckel finanziert sich aus der Übergewinnsteuer, der Staat subventioniert quasi alles, was über einem gewissen Deckelpreis ist, an das Unternehmen, schöpft demselben Unternehmen, dann aber die Steuern in Form einer Übergewinnsteuer wieder ab. Das ist doch irgendwie fast ein absurder Kreislauf, oder? Ja, aber der Kreislauf ist noch absurder, wenn wir es nicht tun. Weil wenn wir es nicht tun, subventioniert der Staat mit dem Strompreis den Verbund und andere Energiekonzerne, und die schreiben Milliarden Übergewinne, und der Staat sieht davon nie wieder was. Also so würde sich der Staat theoretisch das Geld wieder zurückholen, auch wenn es natürlich jetzt, wenn man es so beschreibt, etwas absurd klingt. Kommen wir vielleicht nochmal kurz auf diese Demonstrationen heute zurück, und auf die Forderungen. Wenn wir jetzt eine Maßnahme von all denen, die wir jetzt besprochen haben, rauspicken würde, was würde einer Familie mit wenig Einkommen, die sie vorher beschrieben haben, die sich entscheiden muss, ob wir jetzt heizen heute oder kochen tatsächlich, welche Maßnahme würde dieser Familie am schnellsten tatsächlich helfen? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Die Regierung macht da auch schon ohnehin sehr viel, muss man auch sagen. Also wir haben aktuell diesen Klimabonus, der ausgezahlt wird, der wirkt natürlich bei jenen Familien, die ihren Euro dreimal umdrehen müssen, sehr gut. Wir haben allerdings auch, und das ist gerade in den unteren Einkommensfünftel ein Problem, wir haben das Arbeitslosengeld nicht an die Inflationsrate angepasst. Das heißt, jene Menschen, die seit längerem arbeitslos sind, haben Monat für Monat das gleiche nominelle Arbeitslosengeld, können sich dafür immer weniger leisten. Und das führt dazu, dass eine Person, also eine durchschnittliche arbeitslose Person, die etwa im März 2020, das war zu Beginn der Corona-Pandemie, arbeitslos geworden ist, die kann sich heute für 150 Euro weniger jeden Monat einkaufen gehen, weil ihr Geld vom nominalen Arbeitslosengeld immer weniger wert geworden ist. Und da ist es schon Zeit, da spart die Regierung bei den Ärmsten der Armen und es ist Zeit, dieses Arbeitslosengeld und die Notstandshilfe an die Inflation anzupassen. Abschließend vielleicht kommen wir noch einmal kurz zurück zur Demonstration. Es ist ja kein Zufall, dass diese Demo heute stattfindet, am Montag starten, am 19. Jahr Montag starten, tatsächlich die Lohnverhandlungsrunden mit den Metallern, traditionell die Gewerkschaft hat bereits vorgelegt und große Forderungen aufgestellt. Es gibt immer das Gegenargument, man kann die Löhne nicht so stark erhöhen, das würde zu einer sogenannten Lohnpreisspirale führen. Die Gewerkschaft sagt, so ein Blödsinn, das stimmt überhaupt nicht. Wer hat denn da jetzt am Ende des Tages eigentlich recht? In Österreich ist es so, dass die Kollektivvertragsverhandlungen so funktionieren, dass die Inflationsrate des letzten Jahres, also der Durchschnitt des letzten Jahres, die maßgebende Inflationsrate ist. Das wären jetzt etwas mehr als 6,4 Prozent, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ganz genau. Und Sie sehen schon an dem Beispiel, das sind 6,2 Prozent, Sie sehen das an der aktuellen Inflationsrate, die ist mittlerweile bei 9,3 Prozent. Das heißt, wir sehen schon, hier reagieren die Löhne auf die Preise und nicht umgekehrt. Also gerade in der österreichischen Situation, wo wir Lohnverhandlungen restospektiv führen, sprich wir schauen nach hinten, wie haben sich die Preise entwickelt und passen daraufhin die Löhne an, können wir von einer Lohnpreisspirale nicht wirklich reden, weil es reagieren ja die Löhne auf die Preise und nicht umgekehrt. Und sogar in anderen Ländern, wo diese Verhandlungen anders geführt werden, sehen wir kaum wissenschaftliche Evidenz für eine solche Lohnpreisspirale. Herr Sturndern, an dieser Stelle vielen Dank für das Gespräch und für Ihre Analyse. Alles Gute und ein angenehmes Wochenende noch. Danke für die Einladung.